Es sind übrigens vier Megalodons mittlerweile. Und um das Vieh schwimmen ganz viele Delfine rum. Oh ja. Ja, so etwas ähnliches, glaube ich. Das lockt die an und damit kommt man dann... Davon kriegt man viel Öl. Okay. Es gibt uns momentan aber nicht viel. Nee. Okay. Okay. Okay, sehr gut. Ich höre alles wieder. Oh, dein Tech-Stego ist gezähmt. Der steht hier und wartet auf Abholung. Ja, okay, was dann? Äh, jetzt einmal von dem... guten tag ich habe auch jetzt spüre ich dieses wasser was nicht ist schon besser los flora du schaffst das die post Okay. So. 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 Flora ist jetzt krass. Also war sie vorher auch schon, aber. Es tut mir leid, es tut mir wirklich leid, was sollte ich denn tun? So. 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 Na dann. Achso. Hier liegen übrigens zwei Schildkröten rum. So. 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 Okay. Ich komme mal vorbei. So. Die dritte ist gefallen. Dann. Elvis Günther. Guten Tag. So. 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 da ist ein Stego. Und dann Triceratops. Schwierig. Und dann. So. 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 Und wie sieht das Ott hust. Innene. Ricolaat. Das hat eine Beszahlung gibt. Das hängt doch, wenn gerade alles auskommt. Worte des Menschen vom Taiwan. Er hat wollte À Ihrem heute. da liegt noch da liegt doch noch eine ja das war der drei du hast was von zwei erwähnt also tut mir leid das kann ich nicht akzeptieren naja es waren erst zwei und ich habe gegen die dritte ja habs gefunden ups lasst das lasst das shit shit auch stehen mein freund dankeschön nein jetzt kommt hier der agent habe sagt und zwar die agent haben ist die wir eigentlich zählen wollten der schwarze der coole ja ja aber der greift jetzt gleich flora was soll ich jetzt machen jetzt soll grünen nebel um den kopf drum hast du denn es ist ein preis raus und hat er sich schon ein bisschen was von der leiche damit ich bin mir leid hätte ihn gerne gezähmt wollte den zeit das ist nicht richtig in seinen augen gesehen aber flora hat richtig schaden bekommen das ist ein das ist ein aber ich habe vergessen die dinge haben ja wendekreis vom lkw also ich bin Sonst, mir läuft's bei euch. Ja, ist schon. Okay. Ich bin grad Otter sind doof. Oh, nö. Aber ich schwib nur noch im Kreis. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem's machen soll. Und die Arme. Traumatisiert. Ja, wahrscheinlich. Doch, au. Ist das fünf Jahr auf dem Film? True. Ach so, Flora heilt sich gerade, deswegen habe ich hier die ganze Zeit so ein Millipack dabei. So einen pink flackernden Bildschirm. Ich finde, ich lasse ihn wieder mal durch den Kopf gehen. Hahaha. Ich weiß nicht, wo ich gerne mit Flora hingehen würde. Aber ich glaube, da habe ich nicht nur ein Dino aus Versehen, wenn ich da hingehe. Ja. 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 Das möchte ich nicht. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich danke der Arme. Dieser Arm hat nichts 검ftesä вд�ern gegen das wholly erinnert. Oh Gott, der war dann doch bei ihm gestiert, trotzdem. Nein! Hi. die großen die sofort blut in den anderen was jetzt wieder ein dieser dieser die vögel ich bin in der tippen also darum sind halt echt viele büsche ich will aber keine dodo bauen ja aber wir brauchen mehr noch als boden nein zu das mit einem gewissen vereinbaren nein das macht es ja so schwer ach ich gerne verfahren das sind da sind auch wieder sind ich gesagt es werden männchen es ist doch auch oder es hat gerade ein ei gelegt und ich bin ein bisschen verwirrt so ist wahrscheinlich auch geschlecht weiß ich okay es ist cool ach nee der will vom anderen spielstart du bist jetzt woher kommt das ich bin doch ein händchen ja ich weiß es 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 Ich produziere mal ein bisschen eigene Fleisch. Jo. Jo. Mach mich gleich auf den Rückweg. Wunderbar. Habe einige Bären dabei. Oh. Oh. Ja. Was habe ich denn da gerade getauscht? Ach, das waren Mushrooms. Entschuldigung. Ich habe so wild meine Hüfte gebrochen und ich werde nie mehr tanzen können. Geht man gut. Herzlichen liebsten. Geht man gut. Geht man gut. Geht man gut. Geht man gut.